Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone. Ja, wir sind letztes Mal vom Militär begrüßt worden, was natürlich super toll ist, wenn einfach so mal das Militär vor der Haustür steht und sagt so, hello, wir wollen euer Zeug haben. Wir mussten auch Nahrung wiederholen, wie blöd. Das ist uns leider relativ heftig dann ausgegangen, nachdem wir das gemacht haben. Aber wer hätte es erwartet bei sowas? Oh, da ist eine Waffe drin, super. Hatte ich die schon angekommen? Nee, natürlich nicht. Aber die Kollegin hatte noch keine. So, jetzt haben wir das Gebäude geplündert, was ist da noch alles drin? Oh, viel Nahrung und Munition. Damit können wir natürlich auch anfangen. Das Militär hat uns auch viele Infos genannt über die aktuellen Gesagt. So, wir werden jetzt hier mal Rückzug des Swords einleiten. Aber wir haben jetzt 24 auf Lager, das ist super. Unsere Nahrungsmittelproduktion reicht nämlich überhaupt noch nicht aus. Dafür bräuchte ich eine größere Küche und dafür müsste man das ganze Gebiet hier vorne mal unter Kontrolle kriegen. Natürlich, da bräuchte ich gleich hier einen Turm und hier einen Turm, dann wieder hier einen Turm, hier einen Turm. Da bräuchte ich wieder Tonnen Türmen und ich habe aktuell nicht die Kapazität dafür. Warte? Von oben, okay. Ja, von da aus können sie mal ein Turm kommen. Da werden sie nicht lange überleben. Ähm. Ich glaube, hier kann ich nur drei zuweisen, ne? Ah, die acht Stellen helfen die Mauer zu rufen, ja. So, okay. Dann. Schicken wir die wieder raus. Und du warst gleich zuletzt, nee, du warst hier noch dran. Schauen, ja. Kleine Häuser anschauen. Let's go. Dann lassen wir uns mal das Gebäude hier vernichten. Es bringt nur noch ein paar Ressourcen mit, die uns was bringen. Und die Nahrung, die wir jetzt sammeln, ist natürlich super. Eine Person kann gleich hier noch Ziegelsteine schleppen. Ich hoffe, dass wir die hier noch ganz schnell rauskriegen aus dem Gebäude hier. Wir schauen jetzt aber auch ganz ordentlich. Und vor allem auch Nahrung. Also Nahrung ist mir sicher schon mal... We're running out of stock. Jawohl, was ist das jetzt? Chief, we've just found a shitload of supplies. Uh. Prepper must have lived here. They piled up enough to survive the apocalypse. Nice. God bless these Preppers. That's great news. Take it all. Hoi-o-o. Morgen werden beide das Ding hier looten. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja richtig gut. Das ist ja mal richtig gut. Vor allem hätten wir dann für die Front endlich mal ein bisschen Waffen. Warte, Vorhersage. Nacht... Ah, warte mal. Vollmond mit klarem Himmel veranlasst, die Infizierten in der Nacht drinnen zu bleiben. Super. Bedeutet, wir können... Nein. Die Nacht nutzen. Operator. Und... Ihnen sagen, dass wir das looten sollen. Going there. Dann können wir die ganze Nacht looten. Das habe ich nie ausgenutzt. On my way. Aber da ist so viel Zeug ja drin. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Super. Send them in. Auch wieder fünf Stück. Wir haben halt das Problem immer noch mit der... Äh... Mit den Wohnplätzen. Aber vielleicht, wenn wir jetzt dann ein paar Leute mehr haben und... Dass wir Sachen machen können, können wir vielleicht auch sagen, hey, ähm... Sammelt Holz, wo es geht. Wo ihr noch was findet an Holz. Und dann werden wir die erste Holzmower vielleicht mal hier drum ziehen, damit wir... Gebäude, die uns im Weg sind, vielleicht auch abreißen. Und erhöhen wir unsere mal... Unsere Kapazitäten sozusagen. Alter, da ist ja immer noch Tonnen drin. Wo? Wo? Sehe ich anders. Wir haben Tonnen. Mittlerweile. Und das ist super. Was wir hier mittlerweile auf Lager haben. Ich glaube, wir können hier wieder einen Rufzug anordnen. Aber mittlerweile sind wir keine kleine Truppe mehr. Das ist natürlich... schön zu wissen. Ich werde trotzdem die Mauer versuchen, sobald wie möglich, mit Stein noch auszutauschen. Der Dom won't hold much longer. Wo ist denn das Problem gerade? Kann ich die upgraden hier? Nee, ne? Das Problem ist auch, ich habe jetzt gerade nicht viel Stein. Also wenn ich sagen würde, ich baue eine... Backstein-Wand. Das kostet 21. Wie viel würde das bringen? Ja, das wäre natürlich ein Vorteil. Also warte mal. Du gehst wieder in das Gebäude. 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 Im Grunde müssen wir halt einfach schauen, dass wir uns so dumm kümmern können. Der eine hat halt das Ganze schon geradet. Du noch gar nicht. Und die sind bestimmt noch eins. Also... Sachen, die man nutzen kann. Das ist ja noch recht. Das Gebäude gleich durchsuchen. Nahrungstechnisch gleich stehen wir gar nicht schlecht da. Wir haben eine Waffe sogar plus. Ah ne, das ist die NRK noch, die wir haben, glaube ich, ne? Das ist ja noch nicht. Beweisungen zu werden. Wir sind dort. Wie haben wir geschafft? Wir kommen zu uns, wir werden Sie in. Wo sind Sie? Da sind wir aber schon fünfmal drübergelaufen. Sollte kein Problem sein. Viel ist er nicht. Das ist eine Polizeistation. Kann ich das... Kann ich hier... Plünderansicht. Da liegt ein AK, da liegen Waffen. Und das ist eine medizinische Einrichtung, aber auch gleichzeitig Geschäfte und Restaurants. Wait, da steht ein Auto. Okay, ihr... Geht hier hin. Und ihr holt dieses beschissene Auto. Let's do it. Another one incoming! Hostile group incoming. Take him down! They're coming! Let's do it. On my way. Operator, we found something suspicious. There's a large piece of dried meat here with a piece of rope around it. It's attached to a counterweight. This seems to be a trap to catch something. Maybe humans, maybe animals, or maybe even the infected. Somebody must have set it up not too long ago. Okay. Versuchen wir uns das Auto zu schnappen. Damit könnten wir zum Beispiel auch die Polizei... Alter, die Übersicht ist ja mega Hammer. Da sind Medikamente, da ist Nahrung. Da ist Bildung. Bildung. Explosions-Kachel. Super, wir haben ein Auto. Helft mal. Mit dem Auto ist das ja echt genial. Hier ist noch Munition drin. Medikament. Da ist noch ein Auto. Alter, das wäre hier nie so gekommen. Da ist ein Parkplatz. Alter, schau, wie viel Bildung da ist. Alter, hier unten ist ja Luxus. Was ist das? Ausrüstung oder Equipment? Ein Museum, Plattenrüstung, Forschungsmaterialien. Da müsste ich halt hier unten in die Stadt rein, ne? Das ist gefährlich. Was bist denn du für ein übles Ding? Baumarkt, Geschäft und Restaurant und Parkplatz. Und medizinische Einrichtungen. Da ist nichts left. Mit dem Auto bist du halt echt flexibel. Wo war diese Polizeistation? Wie viele Bäume haben wir schon gefälscht? Viele. Schau mal, wir sagen jetzt, er soll hier, hier, hier und hier noch lang. Und sollte das ganz gut sein. Wie geht es unserem Auto? Alter, das ist ja übel von der Speed her. Da sind noch mehr Sachen. Flinten, Schutzausrüstung. Das ist eine Loot-Ecke, mein Freund. Alter, das Auto ist Luxus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ob er so dumm wie noch ein Hund wäre. Aber, nein, der Hund ist neben mir jetzt. Und will Aufmerksamkeit. Der Hund will Aufmerksamkeit, Leute. Jetzt bin ich gefahren, was sie da finden. Von bald ist der Tag oder rum. Aber wenn sie eins, zwei Sachen noch finden. Schau mal, was die da schon alles gefunden haben. Wo ist er denn? Und da ist ein... Wait, 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 wait. All Squads, return to base. Langsam. Was zur Hölle steht da? Das ist ein Tankwagen. Ressourcenkapazität 4. Würdest du mir denn sagen, da gibt es noch andere Varianten, die noch mehr Platz haben? Der hat zum Beispiel 20. Auch 20. Und du kannst natürlich die Nachbargebiete auch pillagen. Oh. Ich glaube, die andere Gruppe muss sich jetzt dann leider den Pickup da besorgen, weil dann sind wir effektiv. Ich glaube, das ist echt die nächste Aufgabe. Der hat wenig Kraftstoff, aber wir haben noch 8. Ich werde nochmal direkt eine Holzsammlecke aufgeben. So. Du weißt, wo du hin musst. Ich werde die... Oh Gott, ich habe vergessen, dass die Geschwindigkeit auf 10 ist. Hubala. Ah, das ist ja der Hammer. Jetzt holen wir noch... Ja? Ja? So, als das Auto... Schau mal, wie schnell es mit dem Auto geht. Ich weiß nicht, was man mit dem Auto anfangen kann. Aber wenn wir in der Geschwindigkeit mit Autos rumfahren können, Sachen looten, dann ist das natürlich um einiges angenehmer. Wir sind natürlich jetzt erst mal aufs Holz hier gespannt. Ich schicke hier alle Bauarbeiten rein, die wir haben, die so ein Holz sammeln, damit wir eine größere Barrikade vielleicht mal errichten können, damit wir arbeiten können. Also ich würde gerne hier entlang eine Holzfassade setzen. Grund dahinter einfach sozusagen eine erste Barrikade, die zu uns für uns nicht interessiert, äh, wichtig ist. Aber in der wir zum Beispiel einfach ein bisschen Abwehr haben. Das ist, ja, vielleicht nicht die klügste Sache unbedingt, aber ich denke, sie ist schon schlau. Ich muss die ausschalten, damit die an diesen Pick-up kommen. Könnt ihr sie ausschalten? Nice. Und gleich noch ein paar Waffen. Dann zumindest ein Auto. Super. Ach, jetzt füllen sie es. Dann musst du sie wieder superweisen. Die über sich mache ich nie wieder aus. So kannst du halt echt gut arbeiten. Und du kommst auch schnell voran. Und schau mal, wie viele Autos es gibt. Wir dürfen zwar nur vier Plündertruppen haben, aber... Fuck that shit. Mal schauen mal, wir haben hier noch nicht viel gelündet. Hier ist eine Benzin... Äh... Stelle hier auch Treibstoff. Das ist immer noch dieselbe. Scheint so zu sein. Und hier ist noch Nahrung. Und hier ist noch wieder ordentlich Nahrung gefunden, wie es ausschaut. So richtig gut. Wird das Auto ausgeladen? Wird das Auto ausgeladen? Ja, instant. Nice. Und hier haben wir Munition irgendwie blöd mitgenommen. Waffen haben wir vier. Das war... Das war... Gut. Die Truppen kommen nicht durch. Oh, einige Traum noch. Was ist jetzt, was da wieder kommt? Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr alle so einen Daumen nach oben da habt, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.